Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du die Quadratsumme-Funktion in Google Sheets verwenden kannst. Wenn du keine neuen Tutorials verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos über Google Sheets, Google Slides oder auch Google Docs. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Die Quadratsummen-Funktion hat es quasi schon im Namen, was diese tut, denn die berechnet quasi das Quadrat jeder Zahl und berechnet davon dann die Summe. Und wir können uns das hier auch einmal anschauen. Das heißt, wir haben hier quasi einmal einfach eine Reihe von Zahlen. Da könnt ihr dann einfach einen Zellbereich angeben. Und wenn wir jetzt das Quadrat von diesen einzelnen Zahlen berechnen würden, also quasi einfach unsere Zelle mal die Zelle, also dann quasi das Quadrat berechnen, in dem Fall jetzt 8 mal 8 ist 64. Und wenn wir das dann hier einmal quasi nach unten ausfüllen, dann bekommen wir hier jeweils die Quadratwerte von den einzelnen Zahlen. Und wenn wir jetzt davon noch die Summe berechnen, also in dem Fall Summe C3 bis C7 und dann schließen wir die Klammer, dann bekommen wir hier die Zahl 156, was dann quasi die Quadratsumme ist. Und wenn wir jetzt die Quadratsummen-Funktion verwenden, also Quadratsumme, Klammer auf, und wir geben dann hier einfach den Zellbereich an, schließen die Klammer und drücken Enter, dann sehen wir, dass wir uns da quasi einfach den Schritt sparen, einmal extra das Quadrat zu berechnen. Und hier dann eben auch, kommen wir eben auch genau den gleichen Wert raus, in dem Fall 142. Wenn ich jetzt hier noch einmal die 100 einfügen würde, dann sehen wir auch, dass das Ganze dann eben 10.071 ist. Und somit könnt ihr dann eben mit der Quadratsummen-Funktion die Quadratsumme von einem Zellbereich berechnen. Das Interessante dabei ist jetzt noch, dass ihr nicht nur einen Zellbereich angeben könnt, sondern ihr könnt auch mehrere Zellbereiche angeben. Das heißt, wir können noch einfach einen Semikolon setzen und dann hier noch einen zweiten Zellbereich angeben. Und dann wird davon eben auch entsprechend die Quadratsumme brechen. Und wir bekommen jetzt hier ungefähr 100.017.532. Als Ergebnis ist, wie ich finde, ziemlich cool. Muss man auch wissen, dass es diese Funktion gibt. Die ist auf den ersten Blick nicht so schnell zu finden, aber ich hoffe, ich konnte dir mit dem Tutorial weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Tutorial online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. We're going to have a blast. 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 Untertitelung des ZDF, 2020